Was haben wir hier noch? Permafrost. Was ist das denn? Dies ist eine Demo-Version und während ihr bereits einige Kernfunktionen des Spiels kennenlernen werdet, befindet sich dieses derzeit noch in der Entwicklung. Ich kann dir da was von Sonax empfehlen, wenn du Frost am Auto hast. Ja, genau. Mal gucken hier wegen Lautstärke. Hat er auch jetzt einen Moment gebraucht, um die Texturen zu laden. Name Rex, genau. Kommissar Rex. Charakter-Name. Weiter. Ja, ja, ja. Lautstärke mäßig. Da müssen wir mal drauf achten. Ja, das ist okay. Und da haben wir noch ein paar Arten. Da ist es nicht so. Ja, ja. Da ist es so. Ja, ja. Da ist es so. Ja, ja. Du bist so. Ja, ja. 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 Hallo? 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 ich glaube das spiel ist cool schenkelklopfer beliebige taste drücken nehmen wir die kreismenü inventar taschenlampe baumodus wenn ich baumodus schon lesen dann habe ich wieder gar keinen bock ausgeschwindigkeit ein bisschen runter drehen besser leiser geht es nicht ich habe jetzt volle lautstärke ok holz die leichen aufgespießte leichen ok interessant erzählt dass ihr das holz also hübsch ist es oder noch viel mehr erwarten können wer weiß wer weiß mir vielleicht holzkiste alles nehmen und wieder zurück na ich weiß ja nicht so ein survival rotz brauche ich echt nicht mal null von zwei holz ab in der wald man hier dein geweih brennt doch auch da war ein axtsymbol ok kreismenü reparieren taschenlampe bauen abreißen der hat fett das brenniger stimmt das für die steuerung hat schon mal nicht gepasst würde ich mal behaupten abweisen das ist ein großer tisch xxl lutz der mit dem roten stuhl und durch auf jeden fall mal zum arzt gehen würde mach das weg gleich bräuchte ich noch eine axt oder so gucken wir mal erste hilfe kosten ja nimm mal alles mit was haben wir hier militärkiste alles einpacken maussteuerung ist sehr merkwürdig oh gott hier kochen das ist oben steinachs zelt steinklinge holzpfeiler seil steine ja so ein survival kram ist nicht meins auch wenn es sehr hübsch ist ich kann einen strauch ernten aha ein holz habe ich zwei holz jetzt entfache dieses feuer ja da ist holz einmal das zweimal aha aha ich habe feuer gemacht ich habe feuer gemacht okay dann dann hier den bogen müssen wir irgendwie ausrüsten machen er hat ihn in der hand aha okay ducken geht so okay mit einem schuss so und wie soll ich das ding da hinbringen ja habe ich kein messer doch hatte ich doch oder steinklinge okay heute kala war alles mitnehmen okay dann gehen wir mal happy happy machen anna anna was hast du mit feuer gemacht passt doch auf du stehst doch nebendrin hm nice work let's get it you eat first remember you can always bring me more but maybe you want more valuable food i still have some meat left can you cook it with this potato okay okay dann packen wir nochmal holz drauf für 30 sekunden ja das ist natürlich nicht viel ne ähm machen wir hier invalid slot for this item machen wir das so tierfett wo sind die kartoffeln ah hier mit kartoffeln und was noch einfaches gericht das hat macht knochen vielleicht noch ein bisschen fett dazu kann man Pommes machen naja äh äh das äh naja knochen wir ja auch schwach sind sollten wir holen die das markt da raus kommt dann mal das geht auch nicht ne muss da hin jo dann dann haben wir erstmal nicht mehr gucken wir mal ja mit schon dunkel ja jetzt mit dem essen kochen sonne geht unter finde schnell einen unterschlupf ne ok äh hat er hunger bestimmt du wirst eiskalt in den fischstäbchen ja richtig ich mag sowas nicht finde die jägerlichtern ja die ist da hinten minus 24 oben rechts steht das minus 25 jawoll na hirsch my dear oh keine ausdauer mehr erstmal wieder regenerieren oh was dann mit dem mond passiert da ist wohl was eingekracht oben auf dem roten turm finde robin im roten turm da batman will man glaube ich lieber ach guck mal der mond iron sky da ein hund da unten bauverbotszone ich hatte auch nicht vor da irgendwas zu bauen da oben oder ich habe auch eine tasche lampe ne äh ja 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 Du bist an mir. Vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Boah, gut, Alter. Unterkunft bauen. Ich werde sie zu dir senden. Wenn du noch etwas mehr findest, wäre das großartig. Einen Moment. Schaut mal meinen Verdampfer auffüllen hier. So. Das ist mal eine Sauerei hier. Ja, hier ist doch ein Schloss. Oder was ist das? Guck mal, das ganze Dorf. Was machen wir uns Sorgen? Da wird wohl irgendjemand eine Heizung haben. Aber der Mond ist übel. Nix und da ist noch was. Hochwertige Kiste. Einpacken. Okay, gehen wir mal zu dem Möter. Halb Mensch, halb Köter. Alla. Die Maus-Sensitivität ist schon beeindruckend, würde ich mal behaupten. Na, Fluffy. Es mal was. Ja, es ruhig weiter, Digga. Hat nix. Ja. Ähm. Sag mal noch. Gitte. Ah, du bleibst jetzt bei mir ein Wundchen. Boah, da brennt Feuer da drin. Ich hör's. Feuer. Ja. Abgeschlossen. Hm. Ne, also sowas reizt mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Was errichte? Ein hohes Bauwerk an der Markierstelle. Ne, auf gar keinen Fall. Bauholzfundamenten. Ne, ne, ne. Okay, wir haben uns das angeguckt, aber das ist also gar nicht meine Welt. Aber wir haben uns das angeguckt. In der Markierstelle. Ja, wir haben uns das angeguckt.